hallo ist da war ich hier schon drinnen habe ich hier schon gelootet orientierung 3000 in kommen sie könnten sie mal bitte hier rumlaufen dann spalten wir nämlich der ziel ich schieße ihn nicht mit gleich in den schritt ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 days today mit mir den kabinen es ist 41 nach 0 uhr wir stehen quasi kurz vor der horde und ich habe mir noch mal gedacht wir machen noch mal hier so eine kleine rundschau statt technischerweise ich suche nämlich immer noch bücher und es ist das erste mal dass ich mit meinem neuen schönen arbeitstisch arbeite halt da wartet jetzt eine sau arbeit ich habe es dann bloß geschafft die in folge 7 days aufzunehmen danach war ich bloß am umwerkeln aber das ist ein anderes ding gut okay also wir haben gestern dienstag hier schön neuen tisch und gleich folge jetzt aber na toll erst mal hier angefangen die alle texel gut hängt ist schon mal fertig das heißt wir können gleich das nächste haus rannehmen aber wie gesagt ich suche immer noch den einzigen buch hat buch der bücher mit chronomikon ja ich glaube ich vermeide ich vermeide das sind meine schritte genauso heißt es ich vermute wollte ich eigentlich sagen war jetzt hier zu spät sagen wir haben da angefangen das heißt wir waren da noch nicht doch dabei schon drinnen dabei zur hälfte drinnen hallo mr war ich hier schon drinnen habe ich hier schon gelootet könnte man jemand entgegenkommen und bescheid sagen ich glaube schon war das stimmt hier ist das nasen elchin durchgerauscht jawohl hier waren wir schon genau da habe ich es weggeschossen da habe ich gelootet und da ist da das ist eine korrekte aussage da ist da so und das heißt da oder da nieder orientierung 3000 inkommigen zu mir sollten eigentlich hochkommen hallo hallo hat es sind ja drei gut die bescheid der war noch nicht mal tot sind alle nicht tot also sie sind schon tot aber ihr wisst schon wie ich meine dauernd tot mein dick das ist kein dauernder zustand diese tür ist nicht schließbar ich bin so oft hier aber hier habe ich nie reingeht jetzt weiß ich auch wieso das ist ja deprimierend da schiebst die an die pri diese räuche immer die machen mich kürre hast du verstanden kürre es ist sehr nervend auf rein wollte ich sagen die ist schon mal aus der fecht äh außer gefecht alter trefferquote 3000 sage ich dir er hat einen arm verloren wie oft willst du nicht noch mal nee das ist ja ein fuß gewesen er ist hier lenkig es ist eine ganz neue art von die lenkigkeit der übertreiber der ja da haben wir schon buch aber es ist immer noch nicht dasselbe war also nicht dasselbe nicht das was wir suchen aber gut wenn wir nicht finden sollten deshalb so wird ein bisschen munition muss ich nur herstellen naja man kann ja nicht alt haben kann man schon aber nicht so dann kommen sie mal jetzt hat aber eine hand verloren ich hab sie sehen ich hab's gesehen und zwar haben wir hier jetzt zum glück ja wir haben glück aber will er nicht das richtige buch schied die chancen siebten also das so holzbogen ja nie genau das was ich suche ein holzbogen ja sich da sind die gleich so ein geschüchtert und den zackbums niedergegnen akasmus naja wenn sie mal immer doch futter das doch geht mal an naja gut ich habe ja nie gesagt dass wir das finden werden es besteht die hoffnung hatte gesagt also ich hoffe die hoffnung aber erst stoppt er die ist schon beschädigt gewesen die seite ich hab sie wusste und sie hat schon wieder die hand verloren äh das sind mini-mi ist wollte ich gerade sagen deswegen hab ich nämlich runtergezielt oh ich hab's gewusst ach man warte 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 ich wollte gerade sagen in die ecke aber gut dann nick in diese ecke hallo mini-mi hallo nicht mini-mi konnichiwa diese waffe ist tödlich verdammt tödlich das ist mein verdammter ernst ich heiße gar nicht ernst nehmt mich keiner hey du regal was ist denn das äh achso einer nee warte mal jetzt ist es so oder so durch naja gut das heißt wir müssen noch ne ganz weile suchen naja gut das kriegen wir auch hin denn suchen bin ich hier übt bin ich suchenderweise was bleibt denn jetzt hier erstmal hier rumspringen hüpf wo ist die kiste meine kiste ach ja der nächste wollte jetzt gerade sagen niederschlag aber das ist verkehrt äh mir fällt jetzt nicht ein das was ich sagen wollte so querschlag nee das ist hochverkehrt äh fehlschlag genau Solar ich so kompliziert ich hier denke ich nach unten hallo sie könnten sie mal bitte hier rumlaufen dann speichelt mir nämlich erzielen ich schieße ihn nicht mit gleich in den schritt stumpi ein schwach machst du denn hier lauter papier ein theoretisch könnte ich das mitnehmen gerade noch angesiedet gehabt aber ich habe viele weiter entfernt gewesen hallo jetzt habe ich habe das volle inventar wir merken es ist eine beklemmende enge er muss nach oben er geht nach oben mit den hier schon oben ich halte es nicht mehr raus spring in den freitod du kriegst mich nicht du verdammter karabin ich entfleuchte dich ist denn hier fallen oder was die bahn macht die tür zu kommt klar damit jetzt müssen sie warten warum es sich die pilze ich glaube da hat ihnen einen sprung ja das hört sich an nach einem sprung in der platte jetzt hat sie es oder auch nicht ist noch an überlegen punch club ach wie ist das scheiß drauf ich gehe jetzt nach hause lad mich immer aus und dann gehen wir weiter spring weiter mädel ich spring hoch gucke das sollte ich nicht so oft machen nicht so oft das kann da hinten losgehen schwierigerweise ich würde erstmal da rinschmeißen so warten sie mal richtig m60 nochmal herstellen aber jetzt sofort z z mach ich ja kein problem so was fehlt mir federn die sind unten das habe ich kleben moment gar kein problem so jetzt habe ich wieder 1,2 Platz da plätscht es mir aber will er so habe ich das brauche ich nicht klebestreifen sind unten glaube ich weiß ich nicht weiß ich einfach nicht so dann brauche ich die habe ich das sind erst mal die Kabel aber das haben wir gleich also klebestreifen check ich mach mal hier nochmal immer so äh federn check das ist nur noch Plastik und Plastik habe ich auch dann kann ich mir aber nirgendswo rinschieben also noch nicht jetzt schon und jetzt fiegt mir noch das Stahl check oh nein es fehlt mir Stahl Stahlte das oder Stahlte das nicht das täte hier wohl die Frage sein äh der braucht noch Amboss war ja gar kein Problem ich habe heute den Durchblick dann mach du dir einen Amboss und dann später wird verarbeitet jawohl dann mache ich mir jetzt nochmal ein bisschen Platz oh wir sind ja kurz vor der Horde ich habe ja nichts anderes zu tun der alle Knorke ist warum hebe ich die auf das macht überhaupt keinen Sinn das ist aber eine spezielle aber ich kann die auch nicht verkaufen die ist auch bloß speziell bei der Farbe drin das war das ist die die ersten die wir gefunden haben das ist das einzige mal dass ich irgendwas spezielles gefunden habe ich glaube deswegen dann soll ich die auch nicht so die könnte ich verkaufen aber ich müsste mir rein das gehört doch ja nicht hierin achso das ist das was ich verkaufen wollte doch denn die hört doch darin aber ich würde mal sagen erstmal das war hallo achso ich habe gedacht das ist mein Inventor bitte löschen so ähm das haben wir das haben wir was so gut ja wie hey das kann doch nicht so lange ich habe doch keine Zeit also ich meine meine Kisten so rum aber das ist auch nichts Neues achso ach nee hier kommen ja bloß Waffen drin shit Alter ich brauche wirklich unten die ganzen Kisten ihr werdet das wenn ich Glück hab nie erfahren wenn ich Pech hab schon äh äh obwohl ich könnte ja rein theoretisch warte mal ich habe ja hier die Baukiste da könnte ich ja den Stuff auch reinschmeißen dann würdet mich meine Müllverkaufskiste zusätzlich das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee 10 Stück noch Mann das kann doch nicht wahr sein du alter kleiner Sitzkacker du brauchst wieder 12 Jahre um fertig zu sein Mann 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 oder Frau genau das ist gerade in meinem Kopf gewesen also halt mal fest äh da das noch nicht so machbar ist äh mach ich äh standard äh weil wie gesagt die knattern die gern schön weg also mach ich jetzt mal so was ja das machen wir kannst du nicht genug davon haben wenn ich das denn darin schmeißen muss eher on mass kann ich zwar selber nicht schießen aber what she is hier noch alter Junge wollte eigentlich weiter loopen aber solange das nicht fertig ist geht da mal gar nichts warte mal ich kann da unten ja nichts mehr rinschmeißen muss da unten mehr Kisten das bringt so das muss so gemacht werden das sind die Türmschen die sollten eigentlich hingestellt werden aber warum denn eigentlich ich nicht Strom Munition brauchst du da noch ein paar du hast hier schon zwei ihr könnt eigentlich hier auch nur ein werden sie gleich erstmal noch meinen ach nee das ist zu viel oder das ist übertrieben oder bio oder normal auf dem Dach hatte ich ja also nochmal kurz durch ja das habe ich mal alles offen da muss alles noch zugemacht werden dafür habe ich das ja da obwohl jetzt muss ich noch nicht zugemacht werden genau äh ich könnte ja ne könnte ich nicht weil dafür brauche ich ja mal diesen Modest Modest ne da geht doch hallo machen sie das mal normal ja da 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 hinhnt doch eben noch äh jetzt sieht er da jetzt sieht er auf jeden Fall nicht Spiel was los das ist ein Entscheidungsproblem oder da sieht er das Ding immer mal ganz kurz jetzt sieht er mal will er nicht jetzt bestimmt weil es im Boden drin ist oder so ich glaube ja ich glaube ja wenn ich hier so eine Ecken nochmal austausche aber ich habe hier zwei Sachen das muss eigentlich reichen ich und meine Entscheidungen wollte ich gerade sagen ich könnte eigentlich hier noch ein paar aufsetzen warum denn nicht weil das hochschwebt deswegen nicht das ist alles so schwebenderweise ich weiß nicht ob ich was ich davon halten soll ich könnte ja da ich hätte da fast schon wieder eine andere Steuerung benutzt achso wie in ihr Rahmen hallo genau das sollst du wegmachen das ist ja ich weiß ich habe das ja selber hingebaut aber wenn das muss dann muss das ey ich glaube wir werden niemals so viel Munition produzieren können wie ich brauche aber gut erstmal schnuppe warum denn nicht da frischste noch den haben wir noch ok 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 das kann ich noch nie kann ich doch reparieren ich habe ja Dreck mit bei ich habe Dreck mit bei ja hatte ich ich hatte mal Dreck mit bei oh alter jetzt jetzt aber ein Ballermann ja jetzt ein Ballermann Position Ballermann ja still yes dann kann ich das beenden und der Rest kann auch wieder zurück ha alles fertig alles schön alles für den Dackel alles für den Club so dann kann ich den Rest vielleicht hier rin klar ach so muss ja wieder unten aber schön dass ich genau das geschafft habe was ich geschaffen wollte bis jetzt gar nicht war gut so ist immer mit nicht muss da drüben hin äh mein hier das hat doch vorher auch hier nicht passt ich habe es doch schließlich hier rausgenommen ich bin ich habe hier grundsätzlich habe ich eine chronische Überforderung was Loot an ihnen tut Loot und Teten habe ich so das Gefühl was soll denn dieser Scheiß und dann schmeiße ich das darin jetzt habe ich die verliegenden aber dicke ich habe jetzt andere Probleme ja das ist uns aufgefallen hey Tim das sieht nicht gut aus ich kicke nochmal schnell also achso die Aufschlagsünder kann ich eigentlich schon mal nach oben nehmen da unten bringen sie mir nichts schrutze habe ich ja dann auch da jetzt muss ich dann aber erstmal nochmal anschließen keine Panik ich habe es nicht vergessen was haben wir denn am Munizio das bräuchte ich ich bräuchte eine Desert aber ich kann sie mir nicht bauen und davon habe ich jetzt so viel so viel habe ich sollte eigentlich funktionieren die eine knallig damit voll und die andere knallig damit voll jawohl so schrutzen äh Verbindung ich spüre da eine Verbindung und auf ein Dach ruf mit dir oh hallo 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 yo wie kann das doch eigentlich kann ich das hier durchschleifen nee das dürfte schon zu weit sein war bin es nicht obwohl das könnte vielleicht so ja ein ganz schön ausgereiftet äh wo war wo war wo war oder was sprach mich 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 ich wollte gerade was sagen aber das ist auch schon wieder weg von Wort Vokabular genau das wollte ich gerade sagen mein Kopf war damit nicht einverstanden das sagst du nicht du Lump so der ballert auf alles was sonst so rumflattert oder löft flattert und löft so dann haben wir hier eh mal das ist Schrutze das ist fast voll das ist MG naja gut ich warte scheiß drauf das ist auch fast voll das ist ganz knorke nicht nur knorke sondern ganz knorke ich betone das auch noch die Tür zu die auch zu weil ich mir denke naja da sind zu viele Türen dann wollen sie nicht so hier da kann noch mal rin voll voll cool da ist ja fast nix raus das war aber auch nicht aktiviert frech heut naja gut aber sonst ey der trächt dicke oder oder was sagt ihr es hätte kommen Dämonischen wie gesagt ich rechne immer mit den schlimmsten wenn es denn nicht so schlimm ist dann ist es gut für uns äh sag ich jetzt einfach mal so so dann wollen wir mal die Spikes hinsetzen da wo sie ihn gehören ne ja ja wie gesagt die werden sie so oder so wegreißen aber das ist immer so wie zu Silvester man hat nur kurz Spaß aber dann ist die ganzen Kosten für den Arsch ach jetzt repariere die jetzt nicht nee das lasse ich jetzt einfach so ein bisschen sparsam sein hier und außerdem bin ich zu faul hoch zu rennen mir das Material zu holen aber ich glaube das liegt eher daran habe ich das jetzt laut gesagt oder habe ich das gedacht aber wir haben diesmal Spikes mehr ausgaben als letztes Mal kann das sein naja äh ich sag mal so wenn wir davon mehr ausgeben sparen wir den Plan Munition es ist eine win-win-situation so 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 das reicht mir aus und jetzt kriegt noch ein bisschen was unsere Wand und dann ist das auch gut will er wahr dann reicht das auch schon wieder aus das sollte für die Horde reichen der Rest ist alles bloß Motivation und Waffengewalt nein eher Waffengewalt motiviert sind wir ja immer sag ich jetzt einfach mal so ach das ist nur dass sie nicht auf dumme Gedanken kommen die Pennerse das wird hier nicht geduldet wenn ihnen da dumme Gedanken machen tut bin ich es und zwar dürfen reichlich und das ohne wenn und laver so warte mal ich setze die mal hierin dass die hier so zack boomst ok also das haben wir fertig das haben wir auch ab die zweite looten erwähnt vielleicht finden wir das Buch doch hätte ich gehabt gerade da sieht das Rad das sah aus als ob da einer davorstehen tut jedenfalls habe ich mir das so eingebildet was für eine Einbildung ich sage doch wanderte das auch damals Fantasie ich nehme mal die andere Munition das ist jetzt da wo wir schon drinne waren ja ich habe den Faden wieder gefunden denn war da schon drinne Lob ja ganz sicher bin ich ich guck mal lieber nochmal nach die Tür die ist doch schon lange ne ja hier waren wir schon drinne haben wir weggeballert warum hat sich die Tür nochmal bewegt spinnen die kann sie doch nicht machen so knapp ich habe gedacht ich kriege das Runde ins Eck hier es war so knapp da fehlt da doch jemand aber wir haben ja zum Glück neue erreicht gar kein Problem hier aber da ist ich ein Vogel er schläft noch jetzt nicht mehr ja so das ist schon mal zu dann kann ich die da oben wegzwirbeln in Ruhe und hier lassen Aschbombe volle Möhre ah da fehlt da noch einer der dahinter Tatsache dieser kleine Dreck hier nee nee Freundchen so nicht oh spiel nicht ruckeln hat es nicht korrekt ich wollte gerade sagen da haben wir schon drinne und da haben wir den Tank bei Uschi ich wurde gefragt ob ich schon also ich habe Mods drinne aber irgendwie ist jetzt nicht äh wie viel ähm aber rein theoretisch ja haben wir das letzte Mal gemacht wir haben noch Mods drin geschmissen gehabt bin ich echt verwirrt ob ich das gemacht habe oder nicht es wurden Verwirrungen gestiftet tactical das sind das nun ach ne das normale Taktik ey ach Mensch ich brauch doch hier das andere nicht Taktik sondern Maschinengewehr brauch ich oder weiss ich bin das auf Stufe 7 oder Stufe 7 brauch ich wie sie eher sagt also war nicht korrekt korrektamente ich hab die da Tatsache jetzt ist sie sauer verständlich wie sie schieße ich mir mehrmals in den Kopf da wär ich auch an die Piste na Robbe gebt ihr Mühe Zombie Motivation da hab ich auch nicht geliefert gehabt hab ich ihm bestimmt für schlechte Zeiten aufgehoben wieste hallo ich wollte grad sagen bin schon wieder zu schnell beim Looten äh eine lila Nacker die hatten wir nämlich auch noch nicht auf lila mein Dick das heißt ich glaub wir nehmen die und die andere ich glaub das ist eine gute Idee oder waffentechnischerweise ist das auf jeden Fall ein Fortschritt und kein Rückschritt es raschelte ich weiß nie ich hab gedacht da ist was da täte ich mich wohl getäuscht haben so jetzt muss ich da rin glaub ich und nochmal da rin ja da ist ein Stinkefüß nochmal hoch genau so hab ich's mir vorgestellt das sieht jetzt komisch aus sehr merkwürdig und abgehackt ne wenn man die Tür zuzieht hallo und er kann schon mal nicht kommen er auch nicht und du schon mal ja nicht das das erstmal hier klargestellt ist ne Johannisse so ich hoffe dass meine große Klappe sich jetzt nicht rächen tut hallo es war bloß Humor technischerweise es war gut ich wollte gerade sagen es war nicht so gemeint aber das ist schon wieder ne Lüge genau so ist das gemeint gewesen hallo geotinen hier ist ja nix hinter da ist ja Janisch hinter Vogel Reaktionshaven ab und zu kommt es mal vorbei ganz schmal Edda hat Loot äh sie hatte Loot nice kannst du mal kurz hallo wenn du mir das vorbeibringst solltest du mir das auch looten lassen es war kein Nuss mehr so was haben wir denn äh ne das ist nicht das ist auch nicht das ist auch nicht dreimal nicht jetzt haben sie mir das nicht dicht gemacht sag mal kann ich hier durchs Fenster ich wollte Tiki Taki machen aber lässt sich nicht Tiki Tacken hallo sie na Mensch auch sehr motiviert war schön 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 ich jetzt nochmal mit der mit der Cash zum Händler fahre und doch nochmal ein bisschen Munition kaufe in der Richtung weil wir es können ich sag mal so verkehrt wird nichts ne also die was haben als brauchen ne da fehlt einer hab's doch gewusst kann ja wohl nie sein war schon will alter das haben wir auch fast voll ne fast voll ich würd mal sagen hier sind wir durch er liegt aber auch ungesund ja der könnte da ran liegen weil er tot ist Johannes so warten sie mal ganz kurz äh da ist drin ne da ist warum hab ich denn da noch nicht einen einzigen Mod drin also außer hier den Griff da hatte ich ja mal ja nicht ne ne so nicht Freundchen so nicht so gut ganz normale 7 days Wetter man kennt's nicht anders ja doch so na dann würde ich mal sagen wir rauschen jetzt noch zum Händler hin ähm ich guck mal da was da noch Ammunition hat wie gesagt hier ist alles Knorke alles soweit okay um sie kohle verkaufen würde ich sagen äh kohle verkaufen ja merkst du ne es darf verkaufen genau das ist das was ich sagen heute hab ich aber nicht schön hinter logischerweise mag ich das darin die hört ja auch darin so das kann da auch ne warten sie mal ne das ist nie so schnell so so ne das kann eigentlich drinne bleiben das können wir nämlich gleich verkaufen das bleibt hier das bleibt auch hier dafür kommt dit raus dit kommt raus dit kommt will er rinnen dit ist ein rinnen und raus das sag ich euch äh dit kann auch weg dafür schmeiß ich erstmal dit drin da kommt dit raus ich hab nämlich keine Lust zu laufen dit dit muss noch ausgetauscht werden aber das machen wir wenn wir da zurückkommen ihr könnt zwar jetzt gleich sofort verkaufen aber ich glaube nicht dass der so viel hat dass der uns jetzt ausräubert ich bin glaube ich reicher als er na denn na olle war das Joel doch das war Joel vorne Bobbe war ja doch das war Joel es war Joel bei bei dem wir jetzt shoppen werden bis die schwarze kracht heißt weil wir eben nachgeschaut haben das Buch hat er ja nicht gehabt deswegen werden wir alles was an munition da ist und so täten wir uns jetzt rindzwirbeln jawohl machen wir jetzt jawohl mein meister was für ein Sauwetter hallo du hau die zurück also ich hab nicht vor dich zu hauen aber hau die partner nee die verkaufe ich auch nicht hier hätte ich auch nicht verkaufen sein glaube ich ach naja wenn denn nutze ich ja eh bloß die der satt so die kann auch weg und die kann auch nicht so und der rest hier unten ist ja auch dort ich wollte gerade sagen hatte ich Geld mitgenommen du schlimm so was haben wir denn hier so den rest haben wir nicht munition nicht die die kam die habe ich verkauft muss ich gleich wieder zurück kaufen 15.000 was für ein hals abschneider naja na gut Leute dann würde ich mal sagen da ich Geld im portemonnaie hab täten wir noch ein bisschen bevor die horde kommen tut noch ein bisschen rumreisen ein bisschen munition kaufen und wenn er hat vielleicht noch eine andere kniffte oder sonst und was wenn solche fein hat wie sagt nicht vergessen Däumchen Träumchen unterstützt mich damit kostet nämlich euch nischt aktiviert die glocke ganz wichtig dann kriegt ihr mal bescheid wenn ein neues video rauskommt und so und ja lasst den